Am 22. Juli 1948 wurde in Emden ein deutsches Multimediatalent, Otto Walkes, geboren und schlug damit ein neues Kapitel für Kunst und Unterhaltung auf. Er ist nicht nur Komiker, Kartonist, Musiker, Schauspieler, Regisseur, sondern auch Synchronsprecher und Webvideoproduzent. Sein Name ist unsterblich geworden. Doch als sich die Nachricht von dem unerwarteten Gesundheitsvorfall und dem plötzlichen Tod von Otto Walkes verbreitete, übermannte die Trauer über all die Stimmung. Dieses düstere Ereignis ereignete sich, als Otto Walkes, bekannt für seinen farbenfrohen Humor und seine vielfältigen Talente, plötzlich wegen akuter Bauchschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Als die offizielle Bekanntgabe seines Todes bekannt wurde, herrschte ein echter Schock. Quellen zufolge starb Otto Walkes im Krankenhaus an einem septischen Schock aufgrund akuter Bauchschmerzen. Otto Walkes ist nicht nur ein bekanntes Gesicht der deutschen Unterhaltungsindustrie, sondern mit seiner Vielseitigkeit und einzigartigen Kreativität auch eine Ikone. Schon in den frühen Tagen seiner Karriere, als er mit der Komödie begann, eroberte Otto mit seinem tiefgründigen Sinn für Humor und seiner grenzenlosen Kreativität schnell die Herzen des Publikums. Otto Walkes ist berühmt für seine komödiantischen Auftritte und seine erfolgreichen Komödienfilme. Der Film, Otto, der Film, bewies seinen Einfluss auf das deutsche Kino. Er ist nicht nur ein hervorragender Schauspieler, sondern auch Drehbuchautor und Regisseur, der seine Multitasking-Fähigkeiten und vielfältigen Talente unter Beweis stellt. Otto ist nicht nur ein guter Comedy-Künstler, sondern auch ein talentierter Comic-Zeichner. Seine Kunstwerke sind nicht nur humorvolle Bilder, sondern drücken auch Einsichten und Lebensphilosophien aus. Otto hat durch seine Zeichnungen humorvolle, einzigartige und für das Publikum nachvollziehbare Charaktere geschaffen. Darüber hinaus ist Otto auch ein talentierter Musiker, der viele einflussreiche Lieder in der deutschen Musikszene komponiert und aufführt. Seine Musik ist nicht nur der Höhepunkt seiner Filme, sondern auch eine Inspirationsquelle für viele Generationen von Fans. Mit dem plötzlichen Tod von Otto Walkes verlor die Unterhaltungsindustrie nicht nur ein herausragendes Talent, sondern auch einen kreativen und bedeutungsvollen Geist. Die Künstlergemeinschaft und Fans auf der ganzen Welt teilen den Schmerz und die Trauer über diesen Verlust. Dieses herzzerreißende Ereignis wirft auch viele Fragen zum medizinischen System und zum Gesundheitsmanagement auf. Gibt es Umstände für den plötzlichen Tod von Otto Walkes? Welche Lehren können gezogen werden, um die Gesundheit von Prominenten und der Künstlergemeinschaft zu verbessern und zu schützen? Otto Walkes wird als Ikone für seine enormen Beiträge zu Kunst und Unterhaltung in Erinnerung bleiben. Sein Geist wird in seinen Kunstwerken und den Erinnerungen derer, die ihn liebten, weiterleben und einen unvergesslichen Eindruck in den Herzen des Publikums hinterlassen. Otto Walkes, im Volksmund einfach Otto genannt, ist einer der bekanntesten Komiker, Comiczeichner, Musiker, Schauspieler, Regisseure, Synchronsprecher und Web-Videoproduzenten. Deutsche Sprache. Otto gilt als einer der erfolgreichsten Komiker Deutschlands und als Ikone der Unterhaltungsbranche seinesgleichen. Otto Walkes stammte aus Ostfriesland, was seine Persönlichkeit und seinen Humor stark prägte. Mit seiner lustigen Art und seinem natürlichen komödiantischen Talent erregte Otto schon in den ersten Jahren seiner Karriere schnell die Aufmerksamkeit des Publikums. Er begann seine künstlerische Laufbahn mit komödiantischen Auftritten und wurde schnell zu einer Ikone der deutschen Komödie. Otto ist nicht nur Komiker und Regisseur, sondern auch ein talentierter Comiczeichner. Seine Gemälde und Comics haben nicht nur einen eigenen Stil, sondern sind auch eine Inspirationsquelle für viele Generationen von Comiczeichnern und Fans. Andrea Berg ist zweifelsohne eine der bekanntesten Schlagesängerinnen Deutschlands. Ihre Musik hat Millionen von Menschen berührt und ihr Erfolg scheint grenzenlos. Doch hinter den glitzernden Bühnenlichtern und den begeisterten Fans verbirgt sich ein tragisches Leben, das von Höhen und Tiefen geprägt ist. In diesem Video werden wir einen Blick auf das bewegte Leben von Andrea Berg werfen, von ihren Anfängen bis zu den Herausforderungen, die sie im Laufe ihrer Karriere und ihres persönlichen Lebens gemeistert hat. Die Kindheit und die frühen Jahre von Andrea Berg sind geprägt von ihrem tiefen Wunsch, in der Welt der Musik Fuß zu fassen. Geboren am 28. Januar 1966 als Andrea Zellen in Krefeld in Deutschland, zeigte sie schon in jungen Jahren ein bemerkenswertes musikalisches Talent. Ihre Eltern erkannten früh ihre Leidenschaft für die Musik und förderten sie nach Kräften. Andrea begann schon als Kind in verschiedenen Bands und Musikprojekten aufzutreten. Sie sangen Schulchören und nahmen Gesangsunterricht, um ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. In ihrer Jugend hatte Andrea bereits klare Vorstellungen von ihrer Zukunft als Musikerin. Sie träumte davon, auf großen Bühnen zu stehen und Menschen mit ihrer Stimme zu berühren. Diese Entschlossenheit und ihr unermüdlicher Ehrgeiz sollten sie später als entscheidend für ihren Erfolg erweisen. Die Jahre des Übens und Lernens waren für Andrea Berg von unschätzbarem Wert. Sie sammelte Erfahrungen, knüpfte Kontakte und entwickelte ihren einzigartigen Stil weiter. Dieser zeichnet sich durch ihre kraftvolle Stimme, die Fähigkeit, Emotionen zu transportieren und die Liebe zum Schlagergenre aus. Die Entscheidung, den Namen Andrea Berg anzunehmen, markierte einen wichtigen Schritt in ihrer Karriere. Dieser Künstlername sollte sich als Glücksgriff erweisen und wurde bald zu einem bekannten Markenzeichen in der deutschen Musikszene. Obwohl die Anfangszeiten schwierig waren und der Durchbruch noch auf sich warten ließ, ließ sich Andrea Berg nicht entmutigen. Sie blieb ihrer Leidenschaft treu und arbeitete hart an ihrer Musik. Diese frühen Jahre waren geprägt von Entbehrungen und Rückschlägen, aber sie schufen auch die Grundlage für den späteren Erfolg. Es war an dieser Zeit, dass Andrea Berg ihre einzigartige Stimme perfektionierte und an ihrem Songwriting feilte. Sie sammelte Geschichten und Inspirationen für zukünftige Lieder und bereitete sich auf die große Bühne vor, die ihr noch bevorstand. Andrea Bergs musikalische Reise erreichte einen entscheidenden Wendepunkt im Jahr 1992, als sie mit ihrem Album Du bist frei den ersehnten Durchbruch erlebte. Dieses Album sollte nicht nur ihr Leben, sondern auch die deutsche Schlagerlandschaft für immer verändern. Das Herzstück des Albums, der Titelsong Du bist frei, erwies sich als ein riesiger Erfolg und wurde zu einem der bekanntesten Schlagerhits in Deutschland. Die Kombination aus Andrea Bergs kraftvoller Stimme und den emotionalen Texten zog den Menschen in ihren Bann. Sie hat es geschafft, eine Verbindung zu ihrem Publikum herzustellen, die tiefgreifend und einzigartig war. Der Erfolg von Du bist frei führte dazu, dass Andrea Berg als eine der führenden Stimmen im deutschen Schlager-Genre anerkannt wurde. Die Singles schossen die Charts und eröffneten ihr die Türen zu zahlreichen Fernsehshows und Live-Auftritten. Ihre Präsenz auf der Bühne und vor der Kamera war charismatisch und mitreißend und die Fans waren von ihr fasziniert. Das Album Du bist frei war jedoch nur der Anfang. Andrea Berg bewies, dass sie mehr als nur einen Hits in sich trug. In den folgenden Jahren veröffentlichte sie eine Reihe von Alben, die sich hervorragend verkauften und ihre Bekanntheit weiter steigerten. Jedes Album war geprägt von ihrer einzigartigen Stimme und ihren authentischen Texten, die das Leben und die Emotionen der Menschen einfingen. Ihre Live-Auftritte wurden zu spektakulären Events.